war so ein ärgern ist das aber auch alle drei erwischt keiner erwischt einer feste da oben das immer so dann macht er wieder da das ist ein geschenk ist die aus der rasse man kann jemanden wenn man erlauben warum halten denn so viel aus gino komplett feige von hinten in den rücken geschossen habt ihr das gesehen so richtig ries hallo wakun hallöchen das war jetzt aber schade richtig feige in den rücken geschossen von ganz weit weg wisst ihr das sind die richtigen so einer sollten smash dabei sein aber vergessen hier ich spammet es einfach nur spam Kirby weg die spamm, Bosa weg die spamm Uah! Ja! Toi! Peach, eingespampt! Ja! Wow! Nein, ich will den Rücken! Mist, nur einer rischt! Uah! Er rischt zum Hulk! Warte, noch nicht mal tot! Nein, der war schon wieder so'n scheiß Schummel! Mit Little Mag wird das nischt, Leute! Dankeschön, BloodEye, für deinen Resub! Dankeschön! Mit Little Mag wird das nischt! Wenn die da alle mit Fernwaffen ankommen und so, ist das zu kacki! Dann können die mich richtig wegballern! Wenn ich versuche, die Stage zurückzugrappen! Wähle deinen Kämpfer! Wer war denn immer richtig, richtig gut? Pause! So! Let's go! Dankeschön, Gong! Medi, für deinen Twitch Primes habt! Dankeschön! Ich hab's gesehen! Vielen, vielen Dank! Bereit! Mh, mh, mh! Oh, der wird's auch nicht unbedingt besser! Yeah! Erstmal seine Langsamigkeit gewöhnen! Alter, was ist denn da los? Das ist doch eine Stage, ne? So ein bisschen nervt auch die Stage! Mann, was ist los, Mario? Mann! Alter, was weggekillt! Nein, Mann, der kommt der nächste… Kein einzig getroffen… natürlich nicht! jetzt kurz davor ok jetzt reicht ich hätte nichts gegen gino sagen dürfen hätte ich nicht ich muss einfach gigaboser werden das ist der fette schon mal weg der starke er heilt sich peach die scheiß waffe weg jetzt haben die weder so eine scheiß waffen item scrim nein sie hat die waffe weggeschmissen ich sehe gar nicht wie viel peach schaden hat nein mann diese scheiß nein oh bau hat 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 weiter Entschluss Oh nein Was? Gewonnen, Alter, richtig knapp, Mann Ja, der Chat rastet richtig aus Mit Tänz, Alter Alter, Gino, freigespielt Übel Alter, 5, 4 Oh, ey, das war hart Zeit begrenzt, Alter, hab ich mir auch gerade gefragt Das fällt dann immer so im Nachhinein auf Oh, das war ja mit Zeit So, Leute, damit ist der Weltraum Auch erkundet Jetzt müssten wir dann bloß noch zurück zu der Stelle Wo halt da unten der Es ist ja bloß noch Der Wald unten übrig Im dunklen Wald waren wir schon Bloß noch dieses Schattengebiet da unten ist ja bloß noch übrig Und dann haben wir alles erledigt Dann wird wohl irgendwann Das Licht verschwinden und wir können zu einer anderen Seite Und so, schauen wir mal Ja, Bowser kommt hier, wo ist er? Warte, Moment Ja, ich muss Jakku zunehmen So So Dum 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 Irgendwie ist ja genau, wo ich hin muss Let's go Dann bin ich ja mal spannend, ne? Was denn jetzt hier noch so passiert Ah, schön Ich bleib mal wieder Bowser So, hier sind wir jetzt wieder ready Fire Emblem Sakura Sie sind Hauptgegner Der Gegner heilt sich fortlaufend Ist doch kein Problem Ach ja, Leute Fire Emblem Feeds No Oh So So Whoa Fuck die Ja, ich bin Oh Mann Stürb, Melinda! Stürb! Oh, diese scheiß Welt! Mit der Kiwi! Ich meine Kiwi! Wow! Aua, hups, hups. Hups, 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 yeah! Der Sprung hat sie verwirrt. Hups, hups. Der dreifache Sprung verwirrt alle. Dank Ho-Oh. So, Sakura freigespielt. So, jetzt kommen wir schon wieder kleinere Teilgebiete zum Vorschein. So. Oh, der grüne und letzte Schalter! Okay. Ja, da habe ich glaube ich alles gleich aufgedeckt. Dann decken wir mal alles auf, wenn ich das hier jetzt schaffe. Kommen wir schon das letzte Gebiet zum Vorschein. Okay. Klein Mr. Game & Watch Team! Mr. Game & Watch Minsel! Die Viecher sehen auch aus, ja. Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind mann bowser das wird der reichfahrt erstmal klarkommen so alles andere auch egal hier so weg werden werden er soll es euch die ausrasten als gegner dahinten zudem ups so bowser erklärt mit seinen massen perfekt ok ich hab die minsels gast in wall er war nie nervig sind die nicht sofort schnell gestorben aber irgendwie denn so und ja cool alles aufgedeckt ich weiß gar nicht ob geht es liegen ob links auch noch mehr ist aber eigentlich der eine weg der da oben nennst mittig da da war ja bloß diese stadt mit dem sheriff also eigentlich ist alles abgeschlossen na gut der weg jetzt irgendwie kürzer oh ich riebe irgendwann snake leute strange glove eine frau die sich als mann tarnt alles klar oder einfach nur frau ok metallverwandlung machteiliger typ ist doch egal weil ich füttere snake ich will snake den spieliger sehr sehr gerne ne ja klar wenn ich die ganzen metal gear charakter ok das geht jetzt das war jetzt strange aber auch irgendwie love strange glove genau nicht der seltsame handschuhe glover globe war ein anderer rollkast hat ein pures smash die volle smash power mit die die kong warum ist die kong an der seite hat irgendwie so ein affen als freund oder was hier mal hier mal noch mehr so ne komischen dinger war doch mein eigener tonne mir selber weh einfach quatsch in der richtige explosion was hält er gerade mal ein zehntel von einem power level deswegen war bionette so schnell man muss ja bedenken die entwickler müssten ja bedenken weil wir hätten ja auch hier zuerst hingehen können aber ich bin ja zuerst die rechte rechten wege gegangen und deswegen ein computer oh andy cool deswegen ja aber das muss ja trotzdem auch leicht sein so wiki voll cool den pc da checken so er ist im vorteil egal ich glaube andy und eagles sind die einzigen advanced wars spirit war ein großer advanced wars fällen woher die ganze klinik weiter hey das ist eine bombe nein habe ich eine kleine advanced wars amie war die kleine infanterieeinheit wo und sind die bomben bomben hau ab andy oh gott andy du kommst das schrei von snake tschüss du das war er der mann geht er immer mehr an der sind solche viele die besiegen muss nein es war ich so Achtung! Was ist passiert? Wie ist diese scheiß traurige Mucke immer denn? Ich hab's schon wieder verkackt. Die Mission von Andy war nervig. Ja, merk ich auch grad. Mist. Mist, Mist, Mist. Na gut, der werd ich jetzt einfach Items scrabben, Leute. Ich steck die Rakete wieder weg. Meine liegen über den Bomben rum. Nein! Aber wie man da mal auswärts entgegenschlägt. Ha! Was ich mir selber umgebracht habe. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ich bräuchte! Ihr komischen kleinen Typ, Mann! Ah! Hier, Mann! Oh Gott! Mann! So! Dankeschön, Fruitsch, für deinen Resub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und danke auch schon, Wurpen, für deinen Sub via Twitch Rhyme. Dankeschön. Hm, 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 hm nächster dann schon das neuer charakter erst mal hier um mk2 von kasten wo oben so kommt das snake wo erstmal sieht man aus megamen x ausdauersmash kein problem der kopf wird da ist snake in die nicht denn dann wird erstmal eine ganze weile nur gesnaget bei der school dann ist es mal ein komischer schockleiter so sie aber so noch nicht zu leben man hat er denn schon ein scheiß schwert kommst du jetzt mal mit hier irgendwie mit so ne waffe hier komm her schort hopp bowser Oh Gott, nein Oh, Alter Ja, legt die erstmal hin, ey So Puh, das war knapp Jetzt kommt, jetzt hat Weil der jetzt Sigma war, jetzt hat es erstmal Megaman Jetzt kommt Megaman, der von Sigma bewacht wurde Oder so, mal gucken Man weiß nicht, ob die umliegenden Zwirbels auch noch eine kleine Story erzählen Ich glaube eher nicht, denn es ist Oh, scheiße So Megaman, okay, gut Den will ich aber auch haben Scheiße, okay, dann Ich hab's noch gecallt, ey Ich hab's gecallt Megaman is crazy So, Megaman und ich sind ja inzwischen die besten Freunde Deswegen spiele ich online mit Megaman Aua, Alter, war da gerade ein Powershot Ich glaub's ja nicht Ich glaub's ja schon nicht, Alter Hau mal ab hier So So Was Was, gleich nochmal ein Nachgetreten Nachgetreten und Megaman Freizuspielen So Ich hab Megaman geboxt Okay Dann kann ich aber auch eine Weile mit Megaman spielen Warum nicht, ne? So, Gruppe Kämpfer Megaman 3 Weplay confirmed Nein Warum kommt dem auch so weit? Megaman So Megaman 3 Weplay Ich glaube es hackt So 44 Hab ich ja Mach einfach mal den hier Dass das auch zu ist Zack Okay Sega man Erstmal Warum nicht Sega man Ey, aber wir müssen mal gucken Wegen einkaufen Lass mal kurz in Kufen Wir würden nur zwei Läden haben Oh mein Gott Ness Papa Ich glaube den kriegt man aber noch, ne? Ich glaube den kriegt man sowieso alle Hohle ich mir mal das da Ich glaube den kriegt man noch so Da muss man kein Geld für ausgeben Mh 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 Wo sind denn die alle? So Ah, cool Mh 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 Antasma Mh Oh cool Hier guck mal Shield Knight Hups Shoot Neue Nimmig Quill So